Ähm, okay. Äh, Transfer-Data. Mhm. Kann man, kann man Q und E, kann man zoomen, okay. Treppenhaus. Büros. Konferenzraum. Aber was ist, was ist hier? Also hier kommen wir in die Stiefelkammer. Ah, okay. Das ist Treppenhaus. Aber hier war halt, ähm, noch eine. Okay, Karte wechseln. Okay. Gehen wir erstmal ins Treppenhaus. Beziehungsweise, was heißt im Treppenhaus? Erstmal ins Büro und Konferenzraum. Gucken, was da so ist. B führt zurück. Ähm, okay. Nein. Und zurück. Mh, bitte ich die Tab, um jederzeit den aktuellen Kartenstandort anzusehen. Okay. Muss ich mich bloß daran erinnern, dass das dann auf der Tab-Taste ist. Oh, was haben wir hier? Warte mal, das habe ich gar nicht gesehen. Hier. Fast zu alt? Wieso, wie, was sagt denn, haben wir ein aktuelles Datum irgendwie? Ich hätte wirklich gerne mal so ein aktuelles Datum. Es kann sein, weil wir haben neue Nachrichten. Ähm, von C. Watkins. Betreffend betrefft Jahresurlaub. Hallo, Jack. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ihr Jahresurlaub ab dem 12.10. wurde genehmigt. Terra wünscht Ihnen eine erholsame und entspannte Pause. Danke. Ähm, Catherine Watkins. Watkins. Okay, wir haben 10.10.2080, wenn ich das so sehe. Oha. Und mal 20.53. Ähm. 7.60. Also 27 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Chat korrigiert mich. Ähm, beziehungsweise Chat sage ich schon. Ähm, ihr könnt es gerne in den Kommentaren schreiben, falls ich mich verrechnet habe. Ähm, aber das ist schon... So ein bisschen. Ähm, betrefft... Ähm, Federung des Marsfahrzeugs. Sehr lustig. Ich hatte mir fast den Rücken verrengt. Ähm, Mike Spindler. Quartierleiter. Okay, ähm... Das ist eine... sehr interessante Aussage. Ähm... Also, um kurz zu sagen, ähm... Die Federung war nicht richtig eingestellt, könnte man sagen, vom Marsfahrzeug. Ähm... Am... Verkaufsautomat. Ich will niemanden beunruhigen, aber jemand scheint die Automaten in meiner repariert zu haben. Und unser System zunichte gemacht zu haben. Ich werde der Sache nachgehen. Benedikt Frampton, Leiter... Leitner Ingenieur. Okay. Ja, nun. Wir haben zwei Audio-Messages. Jay Appleton. Hm? Wow. Okay. Also, wie sind wir? Der Bär. Das ist ein... zwei Tage vorher. Ich weiß, du sagst, das ist nicht das Format für das, aber du antwortest never your phone. Ich bin in der Kantein. Ich weiß bereits die Antwort auf das, aber... Willst du mich ein Bier auf die Rekke bringen? Ich bekomme einen Snack. Lass mich wissen. Vielleicht sogar ein Log zurück. Würde das nicht Spaß machen? Warum sollte man sich Audio-Log senden? Gut, das ist wahrscheinlich so... Kommt drauf an, wie das halt ist, wenn man das Audio-Log fertig hat. Ob man das denn sofort senden kann oder keine Ahnung. Oder ob das dann irgendwie hinterlegt wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte man das sich als Sprach... Also, ja, vielleicht so eine Art Sprachnachricht wie What's Crap oder so vorstellen. Okay, gut. Dann gehen wir erst mal ins Büro. Aber dazu müssten wir in die andere Richtung gehen. Und nicht... Äh, ja. Du musst eigentlich... Ah, jetzt ist das Licht an. Bewegung... Bewegungssensor. Merk schon. Ah, okay. Dafür ist die... Die Batterie gut. Was hat das? Die I5! No, be careful handling those. They were replaced for a reason. Warum? Was gibt es da für einen Grund? Oh, das sieht aber schön aus. Okay, kommen wir hier überall rein? Mauer nicht da. Dafür gibt es Tönen. Oh, was ist das? Same Taktik as me. Can I miss birthdays? Really? You literally said, don't get me anything. That sounds nothing like me. Niemals. Und mal ganz ehrlich. Wenn zu euch jemand sagt, du musst mir nichts schenken. Würdet ihr der Person trotzdem was schenken? Oder würdet ihr es für bare Münze nehmen? Also, wenn ich sage, du musst mir nichts schenken. Möchte ich auch nicht, dass man mir was schenkt. Ähm, aber wie... Interpretiert ihr das? Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Oh, Passwort geschützt. Nee, 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 nee. Wenn, sollten wir schon... Wann mal. Ähm... Oh, für das bräuchten wir ein... 08... Also, ganz ehrlich. Wird das die 08, 07 sein? Das wäre jetzt so das Offensichtlichste, ne? Das Geburtstag. Oder der Geburtstag der Mutter. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, ob ich das... Wie lang ist denn das Passwort eigentlich? Ich probiere es einfach mal. 08... 07. Ernsthaft? Hast du geschafft, eine Keycard finden? Und ich dachte, ich war alt. Du bist alt. No one has said bingo since... 2030. Okay, A. Hoskins. Betrefft Sicherheitsnotiz an alle in Fort Solis. Bitte nehmt euch während der Sturmsaison in Acht, wenn ihr auf der Mars-Oberfläche seid. Die Stürme treten immer häufiger auf und können schwerwiegendere Unfälle verursachen. Bitte befolgt die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, wenn ihr eure Anzüge anlegt. Danke. Adam Hoskins, Stationsleiter. Terra Care. Die Sturmsaison nähert sich und wir wollen alle Mitarbeiter daran erinnern, dass wir für begrenzte Zeit 15% Ermäßigung bei der Krankenversicherung bieten. Bitte kontaktieren Sie Ihren medizinischen Quartiersoffizier für weitere Informationen. C. Smith. Betrefft ruhige Nächte. Anna. Du wirst nicht glauben, was letzte Nacht passiert ist. Wir müssen mal einen Kaffee trinken gehen. Um 10 in der Kantine? Verdreh nicht die Augen. Vergiss nicht, wir haben Glastüren. Claire Smith. Personalleiterin. Okay. Dann würde mich mal interessieren, was da letzte Nacht passiert ist. Ähm, Stromprobleme. Fort Solis. Alle Bewohner sollten sich der Stromprobleme in der gesamten Basis bewusst sein. Bitte haltet euch an geltende Sicherheitsvorschriften. Noch einmal. Der Strom ist begrenzt und soll unsere Hauptsysteme versorgen. Oskar Wittscherzen, Sicherheitsoffizier. Okay, keine Dokumente. Kein zugängliches System gefunden. Server aktuell offline. Die Anlage wird mit Notstrom betrieben. Generatoren neu starten, um die Stromversorgung der Anlage wiederherzustellen. Überwachung. Okay, Atrium. Tür, Überbrückungssystem. Tür, Entregeln. Hilf mir, um die höheren Leveln zu accessieren. Oh. Nein. Atrium B1. B2. Treppenhaus. Mad Bay Entrance. Das sieht alles vorgeländert. Das ist so gruselig, ne? Nirgendwo eine Menschenseele. Also, ganz ehrlich, wenn das manuell hier ausgelöst werden soll und... Also, ich kann mir nicht vorstellen... Also, hier muss doch noch jemand gearbeitet haben. Okay. Aber die anderen, die können wir... Das ist sehr strange. Also, ich wüsste nicht, ob er mir das Stift schon malen würde, ne? Ganz ehrlich. Also, hier so rumzulaufen... Oh, was haben wir hier? Okay, umdrehen. Was? Attack the Day? Oder was steht da? Oh, was ist das? Ähm, Daten werden hier runtergeladen. Happy Birthday, my boo. Happy Birthday to you. Oh, how cute. Try hard. This is why you're divorced. I'm sure Patricia would unless that was the only reason. Okay. Ähm... Gut, können wir... Erstmal den... Wir benutzen bitte schon einen Rechenschieber. Also... Also, ich würde ja fast denken, dass man eigentlich, ähm, im Jahre 2080, ähm, sowas wie einen Taschenrechner benutzen würde und nicht so einen Rechenschieber. Gut, genug davon. Auf ihren Rechenschieber können wir nicht zugreifen, ne? Okay. Building a brighter future. Future. Okay, hier haben wir das Klo. Hallo? Irgendwann aufs Klo? Boah, das würde ich echt mal sauber machen. Das sieht echt dreckig aus. Mensch, 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 Mensch. Haben die da tatsächlich ein Handbuch nebenliegen? Handtücher? Handtücher? Ist es... Wenn da noch... Ist da noch Wasser drin irgendwie? Auf jeden Fall sieht das da sehr wasserlastig aus. Okay, wir gehen mal auf die andere Seite. Äh, Clark Smith. Okay. Was hat der... Was macht... Was hat der für eine Position hier? Mr. Clark... Clark... Clark Smith. Operations Manager. Okay. How do people solve this? Uh, du kannst tatsächlich... Oha. Aber du kannst immer nur... Die eine Richtung drehen. Das ist... Ja, das führt so... Achso, warte, wir können mit... Ah, ah, okay. Wir können sogar den Würfel drehen. Oha, oha, oha. Okay, nee, bevor das noch ausartet, stellen wir jetzt mal wieder hin. Ähm. Aber... Also, es muss ja irgendwas passiert sein. So ein Ding hier bewegt... sich ja nicht, ähm, für ewig. Also, müsste die ja prinzipiell vor kurzem noch hier gearbeitet haben. Und, ähm, zur Entspannung sich das Ding angemacht haben. Also, beziehungsweise in Bewegung gebracht haben, sagen wir es so. Ähm, und da muss irgendwas passiert sein. Aber was? What's happened here? Okay, geil. Was haben wir in der Konferenz? So creepy, wenn everyone's off. We spend most of our time alone fixing sites in space. Das stimmt wohl. Never alone with a phone. That's gratitude for you. You could do a lot worse. Stimmt wohl. Find purpose. Terra. Ja. Du willst mir ja nicht sagen, dass hier... Ähm... In einem Konferenzraum, so gesehen als Bildschirmschoner... Also, sofern man es Bildschirmschoner nennen mag... Ähm... Ja. Du kannst hier Statuen sammeln, sag mal. Oh, die kannst du sogar aufziehen. Kannst du ihre eigenen Aufziehpuppen? Als Merchandise, oder wie? Ach was? Oh, wie geil. Hey, ich will ja nicht sagen, dass wir ein Spielkind sind, aber ich glaube, wir sind ein Spielkind. Ganz ehrlich, hättet ihr es nicht aufgezogen? Also, ich hätte es definitiv aufgezogen. Inhalt freigeschaltet. Frontier Summit 2065. Centerpoint Terra Square. April... April... Achso, 23. April. Ich dachte schon... Ähm... Ja, 2023. Gut. Alter, wie du das... Okay, gehen wir mal raus. Okay, die Batterie bleibt wohl drin, ne? Betätige Q, auf dein Multitool zuzugreifen und Inhalte jederzeit wieder aufzurufen. Ja, was für... Oh, wir haben vier neue Nachrichten. Welche haben... Es wäre schön... Äh... Sind das die, die ich... Ja, das waren die, die ich, ähm, auf den, den, den Dingens an mir angeguckt habe. Und es gibt keine neuen Videos, okay. Gut. Stairwell Elevator. Das ist das, was wir geöffnet haben. Äh... Die Tür klemmt ein bisschen. Aber... Gut. Ist ja nicht mehr das Neueste hier. Kann auch sein, dass die Tür schon lange nicht mehr gewartet wurde. Aber mit ein bisschen weh, die 40 geht es schon wieder. Tja, das ist... So, jetzt ist die Frage... Ähm... Funktioniert der Auszug? Okay. Während eines Lockdowns würde ich den Aufzug auch nicht funktionieren lassen. Ähm... Treppe. Gut. Two quarters. Maintenance. Maintenance unit. Okay, dafür brauchen wir eine Keycard. Das heißt, wir müssten eigentlich in die Crew-Dings gehen. Wahrscheinlich kriegen wir da eine. Und hier drüben ist auch Locked. Was haben wir hier? Warte, was... Wir brauchen auch eine Keycard. Drillbay. Okay, das ist die Bosch-Plattform. Beseitig Bosch. Okay. Kommen wir hier rein? Ja, wir kommen hier rein. Also, wir bräuchten... Oh Gott. Warum... Also, ich weiß nicht, warum manchmal die Frame-Rate so einbricht, ne? Also, es läuft prinzipiell flüssig. Und dann auf einmal... Brich die Frame-Rate ein. Ich weiß nicht, warum. Als ob der dann im Hintergrund... Erstmal alles laden muss, oder so. Merchandise. Ah ja. Eine Bergbaufirma, die ihren eigenen Merchandise hat. Benni denkt, dass jemand mit uns ist. Ja, er schickte mir ein Messer, die gesagt hat, dass er ihnen gesagt hat, dass es du warst. Was? Ah, ja, wenn sie nur wussten. Ich kann es kaum mit Krediten benutzen. Es ist der perfekte Krise. Wahrscheinlich. Okay, also quasi können wir uns... Keine Chips holen. Out of service. Aber... Wie kann das denn out of service sein? Die... Die... Dinger sind dran voll. Hallo? Ich hab Hunger. Das geht so nicht. Gym. Gehen wir hier durch? Ja. Oh, wir können sogar ins Gym gehen. Okay. Kommen wir an den... Den... Denen kommen wir hier nicht an. Ähm... Private Rooms. Aber die sind auch locked. Dafür bräuchten wir auch eine Key. Okay. Jetzt haben wir da drüben den Recording Room. Kommen wir da ohne Key Card rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Da kommen wir ohne Key Card rein. Tatsächlich. Warning, not in use. Wenn da steht, warning, not in use. Okay, ist aber locked. Was brauchen wir da für ein nächstes? Okay. Oh. Remember that time you hit a 7-Ball on Chris? It was this mind. I think it was long gone before that. Haha, yeah. Too many solo jobs out here. You find a table. Uh. Haben die... Die haben... Okay. Dead man's hand. That's all I need. Und was liegt denn da? Zwei Asse? Und die anderen eine Acht? Sind es zwei Achten? Ich würde gerne reinzoomen. Ich kann es links nicht erkennen, was das sein soll. Ist dann doch ein bisschen klein. Ich glaube, er hat leicht Rückenprobleme scheinbar. Okay. Gucken wir mal, was wir hier haben. Das sieht so aus wie eine Kinovorführung. Dead Solar. Oh, okay. Das ist... Das ist wahrscheinlich, ähm... Der Film. Worüber wir die reden. At least Solar had a more engaging premise. Dead Solar? Yeah. I was just an idiot, clearly searching a haunted station. I just heard it. Huh. For the record, I'm not searching. I'm investigating. Ja, also ich würde die Menschen auch suchen. So ist nicht, ne? Sollte hier Dead Solar gezeigt werden oder ein anderer Film? Wo geht's hier hin? In die Kantine. Dann gehen wir doch mal in die Kantine. I think this is the only time I've ever seen a record room empty. You finally have that piece in quiet you always wanted. Not quite how I imagined it. Still on a sign of anyone. Not a soul. There should at least be an officer around. Yeah. I'll keep looking. Okay, I'll try and access the records from here. See you, the officer on duty is. Okay. Okay, wir brauchen... Oh, Level 5. Sogar. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ähm... Das... Da geht's zur Kantine. Crew quarters. Und hier... Verriegelt. Okay. Kantine? Make contact. Nee. Nee. Maybe with the shadow of a fridge. I think you may have been up here too long. Geht die Kantine nicht auf, oder was? Scheinbar nicht. Dann gehen wir mal zu den Crew quarters weiter. So... Was haben wir hier? Supply room. Das hört sich gut an. Oh, so viele... So... So viele Riegel. Kannst dich schön mit Riegel vollstopfen. Was haben wir hier? Hey! Guess what I found. What am I actually supposed to guess? Well, you remember when we first came up here? Before they started arguing over the territory... United Earth. They still have... One of those old... Earth Force flags. Earth what? Well... Not that. I think it was called Earth Expedition Force. It wasn't that either, but... Yeah, I know what you mean. Well, they still have theirs. And where did you find that? In a supply room. Why are you in a supply room? I just bought a butter. I took a chance. Priorities. Erdnuss Butter hat definitiv eine höhere Priorität, als zu gucken, was hier eigentlich los ist. Also ich weiß ja nicht... Ich verstehe die Frage nicht. So, haben wir sonst irgendwas Hilfreiches vielleicht hier? Was sieht nicht so danach aus? Wobei, ähm, die Flagge mich so ein bisschen... Also zumindest von der Aufmachung her an, ähm... Starfleet tatsächlich erinnert hat. Okay, hier kommen wir nicht durch. Also müssen wir den Weg erstmal wieder zurücklaufen, oder was? Ah, wir können die überprüfen. Private Rooms. Okay. Gibt ja ein paar davon. Crew Quarters. Okay, warte mal. Okay, wir können es nicht überbrücken, interessanterweise. Wieso klappt das eigentlich bei manchen Türen und bei manchen Türen nicht? Können wir darüber mal reden. Door locked. Door locked. Not an use. Sieht sehr komisch. Hm, ein Leben von Luxury für ein paar, ich glaube. Wie weiß ich, dass du es gar nicht sehen kannst? Ja, das ist ein fairer Punkt. Okay. Okay, hier wird eingegesagt, was für... Oh, hier steht offen, das ist... Was ist das? Helen Dunpart, Chief... Okay, Chef-Botanikerin. Internal Temp, 4 Grad Ex... Okay. Also... Wie viel Grad sieht das jetzt sicher nicht eigentlich aus? Hm, Sample... C, irgendwas. Jetzt haben wir hier... Erstmal den Schrank durchsuchen. Research, Helen Dunpart, Chief-Botanist... Oh, guck mal. Können wir die Videodatei abspielen? Was für eine Arbeit? Kurz vor was? Ja, das ist... Ich frage mich, an was sie geforscht haben. Also sie ist Botanikerin, also muss es sich ja um irgendwas pflanzlich Gedöns handeln, auf jeden Fall.